Diktate aus dem deutschen Schrifttum Albert Janssen Im Packeis eingeschlossen Es war diesmal ein Südeisjahr und die Walfänger kamen nach 10 Tagen schon an den Wahl hatten auch Glück, gleich bei der ersten Jagd einen mächtigen Wahlbullen zu erlegen Dann ging der Kommandant an ein treibendes Feld heran und machte fest Aber schon am nächsten Tag überfiel sie das tückische Treibeis und schloss sie ein Der Ausguck konnte kaum noch das offene Meer sehen Die Luft wurde mystik und bald hatten sie dickes Wetter mit Schneejagd Der Wind stand ungünstig und das Eis fing an zu pressen Gewaltige Schollen stellten sich senkrecht empor Riesige Blöcke wurden von unsichtbaren Händen übereinander geschoben Risse knallten wie Kanonenschüsse und verebten grollend hinter den Nebelwänden Da der Wittebar noch wenig beladen war drückte ihn das Eis hoch so dass er eines Tages wie ein toter Wal hilflos auf dem treibenden Felde lag Drohend schoben sich die Blöcke näher und der Kommandeur befahl Brennholz, Proviant und zwei Schaluppen auf das Feld zu bringen und dauernd in den Kleidern zu bleiben und dauernd in den Kleidern zu bleiben Riesige Blöcke